Ich finde, es gibt zwei Ebenen der Veränderung. Es gibt die persönliche und die organisationale Ebene. Auf der persönlichen Ebene geht es darum, eine wirklich professionelle Haltung zu finden. Das heißt, sich mit der eigenen Mediengeschichte, mit den eigenen Haltungen zu Medien zu beschäftigen und eine professionelle Haltung zu entwickeln, die die eigene Geschichte reflektiert und einordnet. So wie wir das auch in anderen Bereichen unseres Lebens und unserer Persönlichkeit machen. Auf der organisationalen Ebene finde ich wichtig, dass sich die ganze Organisation auf den Weg macht und das Digitale oder die Digitalität in ihre Organisation auch einflechtet. Weil es genügt nicht, einfach nur Zusatzangebote zu machen, sondern Jugendarbeit in der Digitalität bedeutet auch, Ressourcen bereitzustellen, die Organisation zu verändern, Rollen zu verteilen, Abläufe festzulegen und letztendlich so auch die ganze Organisation zu verändern. Und das macht es bei Jugendarbeiterinnen dann auch leichter, wirklich Jugendarbeit in der Digitalität zu machen. Und das macht es bei Jugendarbeit in der Digitalität zu verändern. Und das macht es bei Jugendarbeit in der Digitalität zu verändern. Und das macht es bei Jugendarbeit in der Digitalität zu verändern.